Karl arbeitet am Bau und Thomas am Flughafen. Jenny spielt in einer Rockband und Max ist Schützenkönig. Peter liebt die Arbeit im Wald. So sehr, dass er auch nachts sägt. Zum Leidwesen von Sabine. Jörg schließlich ist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Was sie alle gemeinsam haben, sie lieben ihren Job und ihr Hobby. Und Sabine liebt Peter. Aber ihre Ohren sind ganz schön strapaziert. Wir haben lange getüftelt, um den optimalen Gehörschutz zu entwickeln und haben es geschafft. Nichts von der Stange, sondern maßgeschneiderte Lösungen. Schauen wir doch mal, wie Jörg, unser Motorradfahrer, zu seinem Gehörschutz kommt. Erst einmal geht er zu einem unserer zertifizierten Partnerakustiker in seiner Nähe. Hier erfährt er alles über den richtigen Gehörschutz samt passendem Dämmfilter. Dann wird ein Abdruck von Jörgs Gehörgang gemacht. In unserem Labor scannen wir den Abdruck und bearbeiten ihn digital am Bildschirm. Anschließend modulieren wir die passgenaue Bauform. Je nach Material fertigen wir den Gehörschutz entweder im maßgenauen und reproduzierbaren Laserprintverfahren oder traditionell und in vielen Einzelschritten in unserer Manufaktur. Auch die lasergefertigten Produkte erhalten hier ihr endgültiges Finish. Nach wenigen Tagen kann Jörg seinen maßgefertigten Gehörschutz abholen. Durch ein spezielles Messverfahren überprüft und dokumentiert der Akustiker dessen Funktion. Jörg ist happy und fragt sich, warum er nicht schon früher auf diese Idee gekommen ist. Und Sabine? Sie kann mit ihrem maßgefertigten Gehörschutz von Hörlux wieder ungestört schlafen. Und Peter kann Tag und Nacht weiter sägen. Wir haben für jeden den passenden Gehörschutz individuell abgestimmt auf ihren Anwendungsbereich. Und das deutschlandweit. Gehen Sie auf Nummer sicher mit einem Gehörschutz von Hörlux.